Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft zu Battlemages, Sign of Darkness. Ja, wir sind immer noch auf der ersten Map von der zweiten Kampagne. Oh, und von da kommen wir her. Ich will ja erstmal die Orks, also meine Orks hier, mit den Sachen, die sie besitzen, zu der Stadt hier schicken. Ich habe noch alle Städte. Hier kann ich leider keine Steine kaufen. Was ist mit Ardak-Clan? Haben die Steine? Ja, die haben Steine, die brauchen sie aber selber. Ich wollte zum Radak-Clan. Die haben gar nichts, okay. Wirklich? Wir? Lass uns gehen! Ich sollte mich von den Paladinen entfernen halten. Mhm. Haben wir ja auch vor. Wir können eh nicht durchs Tor. Und unsere Untoten sind ja auch weit weg. Ich habe aber auch leider immer noch keine Ahnung, wo ich... Warum wir Steine herkriegen soll, um die Stadt auszubauen. Weil wir haben jetzt wirklich alles abgegrast. Hm. Let's go! Eeeh... 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 Also ja, selbst da waren wir. Who? Yes. Hi, Jungs. Let's go. Let's go. Aber ja, die Scheide, das Holzschild... Who? What? Hm? Hm? Let's go. Let's go. Ich hab' nichts zu wollen. Yes. Let's go. Probably. Probably. Oder wollte... Oder wollte das der Ardak-Clan hier drüben? Das ist halt so das Problem, wenn man keine Quest-Log mehr hat. Ah, und hier liegt ja auch noch Zeug rum, was wir mal einsammeln sollten. Yes. So, meine gesammelte Zombie-Horte. Können wir mal zum verlassenen Turm schicken. Und ich hab' auch keine Ahnung, warum das Spiel... ...heut so laut ist. Goldstücke und Mondschild. Hm. Also, meine Zombies watscheln da lang. Hier haben wir alles, hier haben wir alles, hier haben wir auch alles. What? Let's go. Probably. 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 Die Höhle haben wir vernichtet. Das da hinten haben wir auch leer geräumt. Hier oben waren, wie gesagt, nur die Bauern. Den Chaos-Zirkel haben wir vernichtet. Die Orks tragen auch nichts bei sich. Die Untoten auch nicht. Und so geht's schneller. Really, us? Really, us? What? Hm, Matavir ist verbündet. Interessanterweise. Really, us? Let's go. Yes. Oh, sind die Quests jetzt endgültig kaputt? Let's go. Hm? Ich glaub, die Quests sind endgültig kaputt. Really, us? So, dann schicken wir euch schon mal hier drüben hin. The Elixir is ready. I must take it to Shaman. Unbelievable. No one has ever made this Elixir before. I'll be the greatest Shaman of these lands. Now to my part of the deal. My fellow Orks, I will burn a necromantic scroll at the Svern God's Feast. The Holy Fire will destroy the Dark Parchment, and our gods will bless us. Nothing escapes, the old mage. He'll be here any minute. Hide! Okay, wir sollen ins Verstecken, da Magier kommt. Okay, wir sollen ins Verstecken, da Magier kommt. Habt ihr das gehört? Alzamul will es gleich hier eintreffen. Das ist eure einzige Chance, euch in seinen Turm zu schleichen. Aber bitte, aber habt bitte mit Alzamul, falls er euch begegnen sollte. Er ist einer der wenigen Magier, die uns Orks gut behandeln. Er lebt seit vielen Jahren hier und hat unserem Klang gewissermaßen ins Herz geschlossen. Außerdem wird der Tod eines Magiers die Gilde alarmieren. Dies aufmerksam kann euch nur schaden. In Ordnung, ich werde den alten Mann verschonen. Beide auf, Alzamuls' Turm wird in seiner Abwesenheit gut bewacht. Mhm. Also gut, gehen wir mal hier drüben hin. Mit unserem Orks. Und warten darauf, dass er vorbeizieht. Ja. 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 So, das ist halt Samul. Ich hab vorhin den Auftrag beendet. Geh den Gildenpatrouillen aus dem Weg. Ja. Hm, zwei magische Geister. Naja, gut. Im Nahkampf können die zum Glück nichts, deswegen hab ich die Hast gesprochen, um sie schnell. Ich habe das Buch. Es ist kein Zeitpunkt zu verlieren. Paladins von den nächsten Outposts werden hier in der Minute. Geh das Buch nach der Tower. Ich werde es später, wenn ich Zeit habe. Ich werde es nicht mehr Zeit haben. I didn't see this page the last time I looked, it's the Ritual of Hroll's Resurrection. He knew the Imperial Mages would find him sooner or later, so he hid his Grimoire, but he was obviously planning to come back. Great news, Hroll will let me return to Chaos. I leave you here to watch over my body and the Grimoire. I must go to Aldor Goth immediately. I hope there is deserted tower for me to settle in. Let's go! Ja, jetzt muss ich nach Matavir. Also erstmal geht's zurück. Let's go! Irgendwas habe ich gerade rumkriegsen gehört. Ha! ... ...